Im zweiten Video haben Sie gehört, wie unsere Körperwerte in Zahlen abgebildet werden und wie menschliche Körper durch statistische Methoden miteinander vermengt werden. Das vermittelt einen Eindruck von Objektivität in einem Bereich, in dem eigentlich weiterhin Unsicherheit besteht. Professorin Feld schlägt in diesem Zusammenhang den Begriff des Datenkörpers vor, der für uns repräsentativ stehen soll. Das heißt aber auch, dass die digitale Transformation bewirkt hat, dass nicht mehr nur ich für mich selbst spreche, sondern auch die Daten, die es über mich gibt. Wie verändert diese neue Sicht auf den Datenkörper mein eigenes Körperbewusstsein? Wie gehe ich damit um, dass meine Daten in Datenplattformen abgebildet, ausgewertet und sogar gehandelt werden? Was sind die Vor- und Nachteile eines solchen Zugangs zu Gesundheitsdaten? Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was bedeutet es, wenn Daten gesammelt werden und wie könnte sich dies langfristig auswirken? Das heißt, die Frage, was ich heute für unproblematisch halte, könnte das morgen problematisch sein? Das ist natürlich eine Frage, die wir uns immer mit Daten stellen müssen in dem Augenblick, wo ich sie teile. Wie verstehen Bürgerinnen eine solchen Gesundheitsdateninfrastruktur? Über welche Datenkompetenz müssen sie verfügen? Und wie können sie so eine Datensouveränität, und ich erkläre die Begriffe gleich, ausüben? Welche Auswirkungen hat das auf unser Verstehen von Krankheit und Gesundheit, aber auch auf medizinische Versorgung? Und was bedeutet es, Gesundheitsdaten für die Forschung zur Verfügung zu stellen? Ganz kurz, Bürgerinnen haben natürlich bestimmte Vorteile, wenn sie Daten zur Verfügung stellen und diese auch längerfristig sammeln. Es kann passieren, dass sie einfach dadurch bessere Behandlungsmöglichkeiten haben, durch den Blick auf ihr Gesamtprofil. Dass ein Arzt etwas erkennt, was er nicht erkennen würde, wenn sie zum ersten Mal dort quasi auftauchen und er keine Vorinformation hat. Ein Arzt, der sie kennt, ist ein bisschen etwas anderes, aber ein Arzt, der sie nicht kennen würde, was muss der wissen, damit er eine gute Diagnose machen kann, in komplexeren Sachverhalten. Dann haben wir die Hoffnung, aus großen Datenmengen auch individuell besser passende Therapien erstellen zu können, dass wir sie erkennen, für welche Gruppen von Personen welche Art von Therapien vielleicht besser anschlagen oder besser funktionieren. Und ideal wird immer daran gedacht, dass mit Hilfe künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen, lassen sich dann Symptome und Wesswerte mit bestimmten, mit spezifischen Therapien verknüpfen. Das ist irgendwie so ein bisschen der langfristige Traum, dass wir, wenn wir mal von irgendeiner Person ein wirklich großes Spektrum an Daten haben, dass wir dann einfach besser wissen, welche Behandlung dieser Person zukommen sollte. Naja, das kommt nicht ganz unter Herausforderungen. Zum einen sind Gesundheitsdaten hochsensible Daten. Und die Frage ist, wie schaut es mit Datensicherheit und Privacy aus? Also wer, wer kann auf ihre Daten zugreifen, in welcher Form und wie können ihnen daraus Nachteile erwachsen? Wie verstehen wir, was Daten für die eigene Gesundheit eigentlich bedeuten? Es ist überhaupt nicht einfach, wenn Sie mal die Summe von Daten sich anschauen, überhaupt sozusagen Sinn daraus zu machen, wenn Sie jetzt nicht sich sehr gut auskennen in bestimmten Bereichen und daher wissen, was bestimmte Dinge bedeuten. Und die Frage, die in allen Diskussionsgruppen, die wir im Rahmen dieses Projekts gemacht haben, aufgetaucht sind, ist die Frage, naja, das ist ja alles gut und schön, wahrscheinlich wird man bessere Behandlungen entwickeln können, wenn man die Daten hat, aber am Ende des Tages wird mir das zugutekommen. Und da kommt einfach ein Standardargument immer wieder, nämlich wir leben in einer Zwei-Klassen-Medizin und die wirklich gute Behandlung, die bekommt man nicht, die bekommt man als Durchschnittsbürger nicht und das scheint eine sehr, wie soll ich sagen, fundierter Blick zu sein, dass das das Problem ist. Es ist zwar gut und vielleicht entwickelt man hier für bestimmte Personengruppen bessere Behandlungsmöglichkeiten, aber eben nicht für den Durchschnittsbürger. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, was passiert, wenn ich als Nutzerin, als Bürgerin auf meinen Körper und meine Gesundheit schaue und versuche sie zu verstehen und ich mache das Ganze vermittelt durch so eine Gesundheitsdatenplattform. Das heißt, wie stelle ich mir vor, dass mein Körper und meine Gesundheit funktioniert, aussieht? Was verändert sich hier? Und da sehen wir zwei, wenn man so möchte, Bewegungen. Zum einen ist es so, dass so eine Gesundheitsdatenplattform beeinflusst, wie wir unseren Körper und unsere Gesundheit auf neue Weise wahrnehmen und erleben. Und es ist hochinteressant, es gibt ja mittlerweile schon eine ganze Reihe von Studien, die sich diese, die Frage, was sich verändert, wenn Leute immer ihre Körperdaten vermessen, zum Beispiel Blutdruck, wie viele Schritte sie gehen, wie hoch ihr Puls ist und so weiter, dass das die Selbstwahrnehmung einfach, wie gut man ist. Man vergleicht sich dann mit anderen Leuten und andere Dinge und ich denke mir, einige von Ihnen werden das vielleicht als Phänomen erkennen, aber der Punkt ist doch einfach die Frage, wie verändert das meine Vorstellung, wo ich eigentlich stehe? Das heißt, es verändert etwas daran, wie ich meinen Körper verstehe und wahrnehme. Und andererseits hat dann diese Gesundheitsdatenplattform Auswirkungen darauf, wie wir leben. Es hat Auswirkungen auf unsere Praktiken und die Maßnahmen, die wir ergreifen, wenn es um unseren Körper und unsere Gesundheit geht. Das heißt, hier findet durch diese Technologie einer Gesundheitsdatenplattform, wenn ich die beginne, aktiv zu nutzen, beginnt auch eine Veränderung dessen stattzufinden, wie ich mich selber verstehe, wie es mir geht und so weiter. Und das ist ein Phänomen, das viele schon sehr früh, vor vielen Jahren diagnostiziert haben, wenn Leute sehr lange, nehmen wir an, sie haben Kopfschmerzen, sie beginnen auf Google zu suchen, dann finden sie alle möglichen Krankheiten, die sie haben können und man hat ja dann auch damals auch den Begriff des Cyberchondria erfunden, um hervorzuheben, dass wenn sie empfänglich sind für eine etwas, wie so eine fragile Selbstwahrnehmung, nennen wir es mal so, dann tendiert man dazu, einfach schlimme Dinge anzunehmen. Und ein ganz normales Kopfweh, das sie sonst abgetan hätten, wird dann plötzlich zum ersten Symptom für irgendein Phänomen, von dem sie wahrscheinlich davor noch nie so wirklich gehört haben und so weiter und so fort. Das heißt, Daten tun immer etwas mit den Menschen, die diese Daten sammeln und die zur Selbstbeobachtung nutzen. Nun, das heißt, wir haben einen Körper und wir sammeln Daten über diesen Körper und dann entsteht daraus so etwas wie ein Datenkörper. Und ich muss schmunzeln, wenn ich meine Folien anschaue, diese Folien wurden auf einem Mac-Computer erzeugt. Selbst die Kompatibilität zwischen Mac und PC scheint nicht sehr hoch zu sein, weil die Bilder alle ein bisschen verschoben sind. Jetzt denke ich mir, wie lange machen wir das Spiel jetzt schon, dass wir diese Dinge koexistent haben und gleichzeitig schaffen wir es noch immer nicht, tatsächlich kompatible Sachen zu machen. Das ist jetzt nicht eine Fundamentalkritik an Computerherstellern, sondern soll uns einfach nur zeigen, mit wie viel Bescheidenheit wir eigentlich mit den groß sozusagen gestellten Sätzen, mit denen wir da so umgehen, mit was werden wir alles schaffen, was wir alles in was transformieren werden und wie gut das alles aussehen wird. Ganz oft schaffen wir nicht mal die einfachsten Dinge in einer sauberen Weise zu machen. Und deswegen ist mein Datenkörper ein bisschen aus dem Rahmen gerückt, aber ich fand das eine interessante Reflexion, mir zu überlegen, na gut, also wie kompatibel müssen denn Systeme sein. Das ist ein interessanter Punkt, nämlich weil ich mir dann jetzt gerade auch gedacht habe, vielleicht sollte ich das dazu sagen. Wir sprechen natürlich auch nicht alle dieselbe Sprache. Sie fahren jetzt irgendwo hin in ein anderes Land, sie ziehen dorthin, sie sind mobil und wir gehen jetzt davon aus, dass wir Worte einfach übersetzen müssen und dass Gesundheitsdiagnostik überall gleich funktioniert und Sie werden sich wundern, wie unterschiedlich die einzelnen Ländern in Diagnosemethoden sind. Das steht natürlich nirgendwo so ganz genau drauf. Sie können es erfahren, wenn Sie genau nachfragen, aber plötzlich kommen Sie darauf, dass Daten doch nicht Daten sind und das Datenkontext brauchen, damit sie in irgendeiner sinnvollen Weise auch benutzt werden können. Evelyn Ruppert und ihre Co-Autoren haben sich sehr früh mit der Frage von Daten auseinandergesetzt und sie bringt das sehr schön mit diesem Zitat auf den Punkt. Subjekte werden durch verschiedene digitale Interaktionen sozusagen quasi hervorgebracht, produziert und gleichzeitig formen ihre digitalen Spuren und sie organisieren dadurch ihre Subjektivität, wie sie wissen und wie sie quasi angeleitet, reguliert und regiert werden. Und ich glaube, das ist recht schön, weil wir tun so, als ob Daten einfach Menschen beschreiben, aber Daten stellen eine bestimmte Vorstellung des Menschen her erst und damit produzieren sie eine bestimmte Version, wenn man so möchte, des Menschen. Denken Sie an Gesundheitsdaten, wir sagen dann plötzlich, oh Gewicht, Größe, Alter, Herzschlag, Blutwerte, Bilder von Untersuchungen und auf einmal ist all dies zusammen der potenzielle Patient. Ich. Naja, wenn man genauer darüber nachdenkt, werden wir sehr schnell erkennen, dass da noch sehr viel mehr dazugehört als Grunddaten zur Funktionsweise jedes einzelnen der Körper, die wir sammeln. Das heißt, wann ist genug genug? Das ist eine interessante Frage. Was müssen wir alles wissen? Müssen wir etwas über Lebensumstände wissen, über die Orte, wo Menschen leben, wie sie leben und so weiter? Oder reicht es aus, wenn ich alle meine Kenndaten bekannt gegeben hatte? Und dann weiß man, wie es mir geht und ob es mir gut geht oder nicht.